Hallo, ich heiße Dimitris Varilopoulos, ich komme aus Athen, aus Griechenland. Am 25. und 26. Februar unterrichte ich an der Chema die griechische Laute und Bouzouki. In meinem Voxhop spielen wir alles zusammen griechische Musik. Zum Beispiel, wir spielen ein Lied aus der Ägäis. Musik 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 So, kommt alle zu meinem Voxhop, ich freue mich auf euch. Musik 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 Musik